Willkommen zurück zu einer weiteren stammeslastigen Folge Horizon Forbidden West auf der Playstation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Stammeskrieger, die das letzte Video mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt das Spiel gewinnen für die PS4, für die PS5 ist egal, der Key funktioniert für beide Konsolen und ihr müsst einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen muss. Schauen wir uns mal ganz kurz hier drüben noch das hier an. Das ist doch eine Produktionsstätte. Hier sind wir stehen geblieben in der letzten Folge und hier geht... Hier geht was. Kann mich abseilen. Nice. Na, 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 nice. Das ist aber auch ein Riesenladen, du. Nochmal abseilen. Ah, Moment. Wow, da geht es ja richtig tief unten rein. Oh, ey, Loi. Ey, ich bin straight am Ziel? Kann das sein? Nee, oder? Den gleichen Weg zurück kann ich nicht nehmen. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Nee, nee, ich dachte eben ganz kurz... Ich wäre schon am Ziel angekommen, aber... Nein, so leicht! Rutschletten sind... Eigentlich immer ein bisschen schwieriger, finde ich. Also jetzt nicht wahnsinnig schwierig, dass man sie nicht schaffen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Die machst du nicht eben mal ganz easy lässig in zwei, drei Minuten. Für eine Brutschletter musst du eigentlich immer so eine halbe Stunde ungefähr einplanen. Dann bist du eigentlich ganz gut dabei. Was ist das hier? Ende. Toll. Ganz hervorragend. Den ganzen Weg jetzt hier gerannt für nothing. Okay, da drüben ist auch noch was. Es ist so krank, ne? Wie das aussieht. Was die hier gebaut haben. Und diese ganzen Details. Ich finde es jedes Mal beeindruckend, wenn ich reinlaufe in so ein Ding. Ich bin ja schon dran, aber ich loote ganz gerne, weil ihr wisst, man kann hier genug haben. So, was haben wir denn hier? Hier können wir uns nach oben quälen. What? Moment. Okay. Ja, aber... Gibt es hier nichts? Ja, sie ist ja blau. What? Wie kann man die denn machen? Ich muss nochmal kurz rein. Wie kann ich die denn aktivieren? Das ist ja verwunderlich. Okay, wir rutschen da rein. Wir sehen unten im Zentrum. Was, aber... Hm. Kann man die überhaupt gar nicht machen? Noch nicht machen? Er hat ja erzählt, die hätte sich wohl selbst irgendwie abgestellt. Ist der Loot wieder hier? Ich glaube, der Loot ist sogar wirklich wieder hier. Warte mal, da oben ist aber auch noch was. Ich meine, das Ding ist auf jeden Fall tot. Im Moment. Auch nicht irgendwie befallen oder so. Ne, hier kann ich auch aktuell nicht hoch. Und hier gibt es Loot im Sand verbuddelt. Gut. Tja, dann... Wow! Ähm. Ich glaube nicht, dass ich... Dass das so sein soll. Oder vielleicht auch. Da unten rein? Ne, ich glaube, wir gehen noch ein anderes Mal hierher. Hier oben geht wahrscheinlich auch nichts, oder? Hm. Ne Geisterbrutstätte. Eindeutig eine Geisterbrutstätte. Gut, dann machen wir die Eta-Nummer weiter. Wir haben es uns angeguckt. Wir haben unsere Neugier befriedigt. Aber wie kommt sie denn bitte schön so schnell dann da raus? Ich meine, sie klettert hier ein bisschen rum. Und badabumm, dann ist sie plötzlich draußen. Ja, hier. Huch. Jetzt bin ich wieder oben. Das war anstrengend. Ha. Ja, gut. Dann können wir da erstmal nichts machen. Schade. Ich hätte das Ding echt gerne direkt eingenommen. So, 500 Meter in die Richtung. Da hinten ist noch ein Dornkiefer. Oder Donnerkiefer, Donnerkiefer, nicht Dornkiefer, sondern Donner. Dornrücken, so rum. So. Schnellreisepunkt haben wir auch noch. Very good. Lagerfeuer gehört uns. Das bringe ich später in den Färber. Ich muss echt mal zu einem Färber. Das scheint ja wirklich sehr, sehr wichtig zu sein. Okay, wir sind beinahe hier. Hier verändert sich wieder so ein bisschen die Landschaft. Das ist ein bisschen das Standort. Gaia sagte, er wäre in einer Art physischem Prozessor. In einem riesigen Monster. In einem riesigen, ultrakrank, epischen Bossfight. Was ist das hier wieder für eine Stätte? Und Lagerfeuer brennt. Und ich wette, die machen mir Probleme. Einfach, wenn überallte Nacktkrieger sind. Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Blut der Zehn. Du bist gekommen. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat. Ja. Du bist uns bekannt. Ich bin Decker, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hekaru? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Diese Visionen, du sagtest, es sind Berichte der Zehn. Wer ist das? Die Alten. Die genau an diesem Ort heldenhaft gegen die Maschinen kämpften vor langer Zeit. Die Visionen ehren ihre Taten. Zumindest, was noch übrig ist. Damit wir sie preisen und nie vergessen. Es gab mal mehr von diesen Visionen? Viel mehr. Dieser Ort war einst voller Licht und Klang. Doch mit den Jahren stürzten sie ins Dunkel. Eine nach der anderen. Darum sind Kaplane so wichtig für den Stamm. Wir merken uns möglichst viele Visionen. Sie sind Teil von uns. Und werden mündlich weitergegeben über die Generationen. Einst mag der ganze Hain dunkel sein. Doch die Kaplane, die mir folgen, halten die Erinnerungen am Leben. Warum wünschte Caro, mich zu sehen? Wir sind im Krieg mit Regala. Und du hast bewiesen, dass du ihr gewachsen bist. Ich bin nicht hier, um für euch zu kämpfen. Nicht für uns. Mit uns. Doch ich will dich nicht überreden. Das macht der Häuptling. Er kann sehr überzeugend sein. Was machst du hier als Kaplanin? Wer die Jugend überlebt, studiert die Visionen und teilt die Weisheit mit den Jungen. Welche Weisheit? Wie man ein wahrer Krieger ist. Wie man tapfer und ehrenvoll kämpft. Und wann Frieden die bessere Wahl ist. Das wirst du selbst sehen. Wenn wir hineingehen. Na schön. Gehen wir zur Häuptlinge, Hecaro. Er ist im Thronsaal. Am Ende des Heinz. Komm. Sei willkommen in den Berichten der Zehn. Die Berichte der Zehn. Die Berichte der Zehn. Es ist defekt. Unvollständig. Okay. Können wir das scannen oder so? Die Zehn waren treue Soldaten. Die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Als es Zeit für den Kampf war, stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Alle Tenakt wollen ihrem Beispiel folgen. Vor dem Häuptling war dies eine der wenigen Sachen, die die Clans gemeinsam hatten. Alright. Alright, alright, alright. Hier drüben habe ich irgendwas zum Looten gesehen. Klar. Als mitnehmen. Durchdringender Stachel. Davon habe ich auch mittlerweile so viele, ne? So, was haben wir hier? Irgendwelche Informations. Mh, was ist das hier? Mhm. Mhm. Okay. Du lässt sie unbesiegbar klingen. Das waren sie nicht. Doch die Visionen erzählen uns von ihrem Mut und ihrer Stärke. Etwas, das unsere Soldaten anstreben. Der Himmelsclan verehrt besonders diese hier. Sie lassen sich in den Bergen nordwestlich von hier nieder. Okay, das sind irgendwelche Infos über irgendwelche Elite-Soldaten aus der alten Welt und die werden jetzt hier aufgebauscht zu Helden und haben einen ganzen Stamm geformt. Oh. Die zehn erobert. Die Wüste. Die Wut. Sand. Soldaten. Eifen. Einde. Worum geht es darin? Die zehn führten im Herzen der Wüste Krieg gegen ihren Feind. In einem lebensfeindlichen Gebiet. Überraschenderweise hatten sie Erfolg. Oh. Der Wüstenclan folgt ihrem Beispiel. Du musst ihr Gebiet auf dem Weg hierher durchquert haben. Ja, habe ich. Ja? Sie wirken ein bisschen... extrem. Das wäre für sie ein Kompliment. Und ich habe sehr viel erlebt mit dem ollen Wüstenclan. Sehr, sehr viel. Okay, noch mehr Informations und noch mehr Loot. Erstmal schönen kleinen Snack-Loot. Was kommt in meinen Vorrat? Die, die... Die, die... Zehn. Im Dschungel. An... Dunkelheit. Regen. Fallen. Soldaten in einem Dschungel. Waren das die Zehn? Ja. Sie wussten das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind abzulenken. Und den perfekten Moment abzupassen. Vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbild, als sie den Dschungel im Südwesten eroberten. Alter, die sehen aus wie Comicfiguren. Am Ende ist das irgendeine Serie. Irgendeine Serie aus den 90ern. Das Ganze ist irgendein... ...so ein Medienmuseum oder sowas. Was? 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 Hä? Du hast eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Oseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenaktgebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weidmanns Hals. Verstanden. Wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Oseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der Zehn darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehn meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten finde. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja. Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben. Wir werden sie würdigen. Gibt es viele Oseram-Stöberer im Tenak-Gebiet? Immer weniger, wenn wir sie erwischen. Aber diese diebischen Ratten tun einfach alles für Scherben. Es kommen immer wieder einige, trotz des Risikos. Und was macht ihr mit denen, die ihr kriegt? Stöberer verbringen ihr Leben im Staub. Wir vergraben sie drin. Lebendig. Wow. Bringt sie doch gleich irgendwie um. Das wäre echt netter. Ich habe schon eine Aufnahme gefunden. Ich nehme alle, die du hast. Lass mich dir etwas dafür geben. Moment, jetzt kann ich mit einer Aufnahme was kaufen, oder wie? Das ist ja interessant. Oh, wie krass ist das denn, bitteschön? Ich weiß gar nicht, was ich im Moment brauche. Eigentlich alles, oder? Ich glaube, ich nehme mir das hier. Also, nach und nach brauche ich definitiv alles. Okay, jetzt wissen wir, was wir damit tun können. Denn wir hatten ja ein Flugzeug mit einer Blackbox drin. Jetzt können wir uns hier sogar ein bisschen Loot mitholen. So, da wären wir. Thronsaal. Ja. Gut. Gut. Come. Untertitelung. BR 2018 Es ist unter dem Thron. Ich sehe dich bald, Fremde. Die Retterin von Meridian. Es heißt, du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt. Und ihren Champion Grudda besiegt. Im Zweikampf. Beeindruckend. Ich traf auch Verschaf dort. Er beschrieb dich als Ehrenmann und Krieger. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschellen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Nein, ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird, auch deins. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da und es... Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Meine Marschelle sind tot. Ich brauche deinen Speer. Hilf mir, meine Feinde zu besiegen und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Marschelle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Ich werde für sie kämpfen. Ich werde jeden töten, der den Frieden bedroht. Und du auch. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Versuche es. Vielleicht gelingt es sogar. So oder so musst du kämpfen. Mein Plan. Kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Gut. Was brauchst du? Mehr Marschelle, um den Stamm zusammenzuhalten. Dazu können Krieger nur ernannt werden. Durch einen Urteilskampf namens Kulrut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulrut. Doch da ist noch mehr. Aus Angst vor Regalas Angriff weigert sich einer der Clans, seine Kämpfer zu entsenden. Du musst nach Norden. Und zwinge Tekroti, den Kommandanten des Himmelsklans dazu, seine Besten zu schicken. Ich soll ihn zwingen? Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kulrut nicht mit nur zwei von drei Clans abhalten. Marschall Kotalo wird dir helfen. Er wurde in Fahrlicht verkrüppelt. Aber er ist nicht nutzlos. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinquall geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Falls du Fragen zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Verschaff nannte Regala deinen größten Fehler. Warum? Das geht dich nichts an. Wirklich? Ich kämpfte in Fahrlicht gegen ihre Truppen und kenne nicht mal ihr Problem. Sie war die tödlichste meiner Marschelle. Die Spitze meines Speers. Was ist passiert? Vor allem verabscheut Regala die Kaja, die ihre Brüder lebendig verbrannten. Als wir die roten Raubzüge zurückschlugen und die Mauern von Fahrlicht einrissen, da hoffte sie, sie bis nach Meridian zu jagen. Sie erkannte den Preis eines solchen Kriegs nicht. Oder den Segen des Friedens nach dem Tod des verrückten Königs. Als ich Havats Flehen Gehör schenkte, drehte sie durch. Nannte mich Verräter. Forderte mich vor den Marschellen heraus. Tut mir leid, wegen Verschaff. War sicher ein guter Mann. Mehr als ein Mann. Eine Brücke zwischen Tenakt und Kaja. Kein Fremder gewann je unseren Respekt so wie er. Ich hatte gehofft, er würde meine Stimme in Meridian. Dass der Friede mit den Kaja zu mehr werden könne. Ein Bündnis? Ein Austausch. Die Kaja haben uns vieles voraus. Unsere Taten zieren in Tinte unsere Haut. Erinnerungen sterben mit dem Fleisch. Doch die Kaja vergessen nie. Ihre Taten stehen in Büchern und Schriften. Du wolltest von ihnen lernen. Wie ich von Verschaff gelernt habe. Er wird mir fehlen. Und wie hast du darauf reagiert? Wirst du eine Tenakt, wüsstest du, dass man so etwas nicht ablehnen kann. Sie war nicht leicht zu bezwingen. Ich habe sieben Narben aus diesem Kampf. Die anderen Marschelle wollten ihre sofortige Hinrichtung. Doch ich konnte unsere Verbindung nicht einfach trennen. Ihre Treue war ebenso grenzenlos wie ihr Zorn. Ich verschonte sie. Doch sie sah diese Gnade als Demütigung an. Der sie nie entkommen wird. Also will sie deinen Tod. So ist es. Doch damit nicht genug. Sie wird nicht drohen, bis alle drei Clans mit ihr gegen Meridian marschieren. Wer weiß. Wenn sie Maschinen kontrolliert, könnte sie es dem Erdboden gleich machen. Wäre nicht der erste Versuch. Habe ich gehört. Was genau ist die Kulhut? Wo die Clans sich einst bekämpften, kämpfen wir nun vereint. Gegen die Maschinen. Das ist mein Gesetz in Form der Kulhut. Jeder Clan muss Kämpfer schicken, wenn ich zu dem Ritual aufrufe. Diese Kämpfer stellen sich Urteilskämpfen gegen Maschinen in der Arena hinter diesen Mauern. Jene, die sich hervortun, werden Marschelle und halten als Friedenswächter den Stamm zusammen. Warum schickt der Himmelsclan keine Kämpfer zu Kulhut? Von den drei Clans haben sie die verteidigungsfähigste Basis. Geschützt von einer mächtigen Mauer, dem Bollwerk. Ihr Kommandant glaubt, den Krieg zwischen meinen und Regalas Truppen aussitzen zu können. Sicher hinter seiner Schutzwand. Kräfte zu schonen, während du und Regala einander schwächt. Du denkst wie ein erfahrener Marschall. Gut. Du hast also gesehen, was im Keller ist? Habe ich. Am Tag meines größten Sieges. Was meinst du? Über Generationen kämpften die drei Clans um die Kontrolle über diesen heiligen Boden. Mir allein gelang es. Jahrelang kämpfte ich. Mähte alle meinem Weg nieder. Als ich schließlich alle Rivalen getötet hatte, stand ich ganz allein im Hain. Nur ich im Glanze meines Sieges. Dachte ich zumindest. Da donnerte es im Osten. Und ein blauer Blitz schlug ein. In die Kammer. Da er stirbt. Und Äther kommt. Um mich herum wurden die Visionen des Hains lauter und heller. Und plötzlich tauchte eine neue vor mir auf. Die alten Sprachen. Und was sie sagten, veränderte alles. Und warum soll ich zum Himmelsklan gehen? Alle Tenakt achten Stärke. Und du hast Regala in Fahrlicht zurückgeschlagen. Und weil die meisten Marschälle tot sind? Was ist mit Kotalo? Kann er das nicht allein tun? Er ist verkrüppelt. Sie werden ihn nicht respektieren. Klingt nicht gerade fair. Was ist fair, wenn einem ein Arm fehlt? Ob sie ihn respektieren oder nicht, Kotalo hat noch Wert. Er kennt den Himmelsklan. Er wuchs in ihrer Basis auf. Er wird dich führen. Was sagten die alten dir in dieser neuen Vision? Jene namens Faraday sagte die Gefahr durch die Maschinen voraus. Und dass wir sie nur gemeinsam stoppen können. Sie rief die Marschälle zum Erhalt des Friedens auf. Dann schwand die Vision und ich sah sie nie wieder. Ich kennzeichnete die Stelle mit meinem Speer und nahm mir Faradays Worte zu Herzen. Entsagte dem Krieg zwischen den Clans. Lehrte Krieger, Maschinen zu bekämpfen. Er nannte Marschstelle durch die Kulrut. Und seitdem herrschte Frieden im Stamm. Bis zu Regalas Angriff auf Fahrlicht. Und die Kammer unter dem Thron. Gingst du nach der Vision rein? Genau. Es ist ein uraltes Gerät darin. Es summt vor Macht. Du wirst es selbst sehen nach der Kulrut. Das schwöre ich. Ich tue, was du willst und gehe nach Norden zu Tekote. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Ich werde mein Versprechen halten, wenn du Erfolg hast. Sprich mit Dekka, wenn du rausgehst. Sie wird dich für deine Reise ausrüsten. Wow, wieder super viele Informationen und es gibt super viel zu tun. Aber alles nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Kleine Bewertung da lassen. Auf Wiedersehen und... Tschüss!